ich glaube kleine planänderung dahinten habe ich gerade auf der karte irgendwas gesehen was aufgelockt ist irgendein schuss oder was dahinten scheiße also ich bin direkt in die rein ich dachte das wäre jetzt erst mal eine zufahrtsmission weil das über das ding aufgeploppt ist aber dass ich sofort in so ein lager rein schwirme ok naja ging ja noch mal gut so jetzt habe ich ein problem ich habe meine waffe nicht dabei ja dieses online finde ich auch blöd gemacht dass man wie soll ich sagen dass wenn man die das passt man kann ja da diesen diesen modus rein machen was man nicht angegriffen werden kann aber der ändert sich immer wieder also da fliegst du immer wieder raus und dann kommt immer irgendein idiot an und meint er müsste sich abknappen das ist ein bisschen bisschen doof gemacht so meine freunde und ich treffe überhaupt nicht ja und das finde ich auch so ein bisschen blöd an den online modus finde wenn du schon diesen vorsichtigen modus rein machen kannst dass du nicht angegriffen wirst dann sollte der auch zumindest nach der mission automatisch wieder rein kommen weil es gibt ja missionen da musst du den ausnehmen und dann kam immer irgendeiner an und meint er müsste sich abknallen das ist leider ein bisschen nervig nachher geht ja so ab jetzt komm 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 hier ist aber auch jeder schuss direkt zum zum tod ok das lief ja mal ich würde ich sag mal so also manchmal bin ich gut manchmal bin ich scheiße da treffe ich überhaupt nichts da denke ich mir echt was ist denn los mit mir aber gerade ging es gerade muss ich zugeben da lief das mal was besser aber das ist nicht immer so ich glaube nicht oder es dürfte das dritte versteckt von denen sein weil es auf jeden fall hier sind es auf jeden fall noch weil sonst wäre ja unten dieser rote balken noch nicht da irgendwo schießen sie noch so der ist weg dann kommt der nächste in der mine selber ja in der spurt ich mache dem da hatte ich nämlich genau mal ein ein kopf wird hier im mission drin nur mit der pistole ja jeder hat so seine lieblingswaffe ne also ich finde am besten die pistole die hier die habe ich aus den arzt von willentheim damit kam ich am besten zurecht mit der pistole also von den pistolen selber her weil der arzt in valentine er hat nämlich zu keine ahnung irgendwelche kuriosen geschäfte und wenn man danach geht dann bekommt man die nach was ist denn dein lieblingswaffe irgendwo ballern sie noch dürfte aber da oben ich bin so krass sogar noch vier sogar noch mehr also ich darf das nicht auf die leichte schulter nehmen weil ich bin so einer ich oder sogar an geschützt ich nehme das immer viel zu leichtfertig dann und dann gehe ich damit drauf deswegen kommando zurück sauber okay der wäre gewesen und irgendeiner hat mit dem hut geschossen ich muss sagen das macht echt mehr spaß wie die anderen lager so da kommen ja immer mehr wissen da los ich dachte die käme jetzt alle darunter ja nö jeder reicht mein ziel nicht dafür habe ich schon die hier da kann sich ja gut verstecken ja ach schau an schau an auf der karte sind voll nach unten ich nehme an die stecken in der mide hier hinter dem rohr ist mein hut ach cool der geier war gerade in der leiche ran ja ich guck nachher mein hut weil der ist ja der wird ja sowieso ach schau an das oder krieg ich ja sowieso nachher zurück auf mein pferd ich sehe gar nichts kann mal raus denn ich muss die SHR raus schießen Ja, ich bin. Junge, wie krank ist das denn hier bitte? Wenn du denkst, du hast die Musik, da kommen die wieder. So, gut wieder da, ja weiß ich, ich habe das jetzt gemacht wegen dem Hut. Ach der, der, der ist immer noch da, so fähig ich hier mit. So, das war's mein Freund. Da kommen noch mehr. Nein, der hat nicht. Du hast es gehabt, das war knapp. Oh krass, 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 zurück, zurück. Heftig. Das war ja mal heftig. Also ich habe ja vorher so die zwei, drei anderen gemacht und die waren gleich zu denen, gar nix. Da bist du reingegangen und hast die teilweise von außen alle abgeschossen, aber hier kam ja immer mehr. das war ja mal was. Und vor allem der letzte, der hätte mich ja fast gehabt, ne. also der, ultra gut. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht, also muss ich sagen, ne. Das war mal eine richtige, ja, Herausforderung sag ich mal. Und wenn du da denkst, ne, du hast sie jetzt auf einmal, kommen da noch mehr. So. 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 So.